Jo Bratskos, was geht ab und willkommen zum ersten Stabion Vlog auf diesem wunderschönen Kanal. Was geht ab, wir sind sehr spät dran, in 10 Minuten beginnt das Spiel, das Stabion soll extrem voll sein. Let's go! Ach, das ist Hamburg, oder? Nein. Hier ist der Anstoß, Alter. Geht gut ab, geht gut ab hier. In 15 Minuten ist Anwirkung, wir sind im Moment, jetzt beginnen wir mit Policies. Hilf, hilf. Okay, wir müssen zum Platz rennen, let's go! Alle rennen. Prognose, ich steppe auf ein 1-1 und Rückspiel wird ganz schwer. Scheiße, du musst auch rennen eigentlich. Das ist ein Struggle, Digga, was ist ein Struggle? Ja, Baby, die macht das, man muss rennen. Ich bin nur so, oh shit, ich würde gerannt, Digga, mehr auf dem Spiel, als auf dem Spielfeld. Wir müssen das ganze Stadion rennen. Einmal härter. Einmal. zuhiten. Unwur nach Hause. Es ist so, oh shit, ich würde Pont euch keinen. Unwur nach Hause. Unwur nach Hause. Unwur nach Hause. Unwur nach Hause. Nur nach Hause, nur nach Hause, nur nach Hause, geb'n'nisch! Morgen voll! 18.30 Uhr, Minimationsschotan in Belina-Dimkehr-Stadion! Belina, Brandenburger, Centralia! 1.30 Uhr, Minimationsschotan in Belina-Dimkehr, Minimationsschotan in Belina-Dimkehr, 1.30 Uhr, Minimationsschotan in Belina-Dimkehr, Minimationsschotan in Belina-Dimkehr, Let's go, bis zum Stadion! Noch rechtszeitig! Man, kommt mal mit am Start! Ey, voll Hals! Unhals! Geil! Arme Stimmung! Geschmuggelt! Unhals! 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 Wer ist es heute? Los geht's! Los geht's! Der Ball ist heiß! Los geht's! Los geht's! Los geht's! Los geht's! Los geht's! Los geht's! Hamburg in den ersten Minuten, krass Stimmung! Da muss ich jetzt Berlin nachlegen! Was ist los? Los geht's! Los geht's! Hamburg Feuerti in der Aktion Hamburg Feuerti in der Aktion Hamburg Feuerti in der Aktion Hamburg Feuerte Porto Amatro 영ah Komm jetzt! Und wieder 1es. 2es. 3. 3. 5. 6. 3. 31. 21. 31. 22. 23. Werbring ist geschmuggelt, Digga, was ist los? Weiter müssen mehr vorgehen, es geht um Abschieb und Aufstieg. Wir spielen mit sehr vielen Ballen. Vielen Dank. 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 Oh my God. Vielen Dank. Vielen Dank. ... 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